so haupt story mäßig sind wir durch ich habe neben story haben wir noch ein bisschen was war noch haben aber überhaupt doch story mäßig was haben hier oben ist noch ein bisschen was das heißt wir fahren wir müssen 40 sein dann wird das ja so eine lange tour werden sonst noch mal glaube ich alles 40 und da müssen wir den bergmann über das bergmann überfahren mit dem guten die neben stories haben auf jeden fall noch in der vor einer aufnahme der im let's play quasi und dann sind wir durch mit need for speed heat da haben wir ein bisschen zu tun gut so dann ja so was meinst du wollen wir losziehen und rausfinden welche neuen rennen uns als liegen mitglieder aufgestehen mhm wieso bringst du eigentlich nie was mit keine donuts keine pizza gar nichts ich brauche tue ich nur hier nicht so gut gut wir müssen jetzt ja wir 40 werden damit wir weiter kommen mit decks Sylvan taven x he die h die So. So. Ich würde gern was anderes versuchen und da ansetzen, wo wir aufgehört haben. Ich erwarte dich. Das ist ja so die nächsten Aufgaben. Das ist ja so die nächsten Mal. Das ist ja irgendwie noch das Ding. Den hab ich gar nicht gesehen dahinter. Ist das hier? Weiß nicht, sorry. Ist das Zwift oder was? Ne, das ist... Da, das Zwift. Du bist da, ich zwift sein. Ansonsten werden wir das nochmal ganz rum. Ja, ich hab's. Und übrigens, Glückwunsch zum Aufstieg in die Leak. Und kein Dank wegen Wörser. Ein Neufordsprung-Rennen. Hey, übertreib's mal nicht, okay? Ich will jetzt hier Vollgas sehen. Ja, wir machen das Ding nämlich ab hier. So. Wir haben ja... Da ist er jetzt da rein. Den Panamera wählen. Okay. 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 So. 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 Ja. Jetzt nehmen wir das Reparatur-Kit rein. Okay, jetzt wollen wir nochmal raus. So, Moment, wo war denn die? Das Ding rennt da oben. Hä? Was ist denn? Da oben. Kriegen wir trotzdem hin, auch wenn mal 60 Punkte da drunter liegen. Hm. Kein Dank wegen Mercer? Hey, übertreib's meine ich, okay? Ich will jetzt hier Vollgas sehen. So, müssen wir uns ein bisschen konzentrieren, wenn wir hier an der Story auch ein bisschen weiterkommen wollen. Ich muss schon sagen, ich hatte mehr erwartet. Okay. So, dann haben wir durch. Das hören wir zumindest mal. Das hatte sich vor zwei Minuten noch einer rangehört. Oh, ich finde schon. Ich hatte hier wirklich mehr von dir erwartet. Alter, ich führe hier mit 300 Meter Vorsprung. Und du hängst im Moment auf Platz 8 und dann erzählst du mir, was von mehr erwartet. Aber gleich. So. Du musst hier nicht nur mich schlagen. Das kriege ich trotzdem hin. Du gewinnst ständig. Das heißt, wir müssen noch dazulernen. Jo, haben wir das auch geschafft. Ich mag's hier oben. Wärst du dabei, wenn ich was auf die Beine stelle? Kommt drauf an. Was betest du? Lustig, dass du fragst. Demnächst wird nämlich noch eine Lieferung verschwinden. Mit Mods? Autos. Ich melde mich, wenn's soweit ist. Der Kunde war abgeschlossen. So, TÜV-Teil. Hier unten ist noch ein Mal vor drin. Das war auch schon durch. Hier ist noch eins. Wir haben die Story zumindest mit Dings abgeschlossen. Oder haben wir noch mehr Story-mäßig was? Mit der Roshni. Ich sollte mir das tatsächlich mal aufschreiben. Jetzt haben wir hier oben noch mehr Platz. Aber mal gucken, was da noch kommt. Ich glaube auch nicht, dass das alles war. Was glaub ich denn? Halb. Viertelstunden haben wir gerade jetzt die Folge durch. Guck gerade. Hauen wir doch immer noch vor drin, was wir noch nicht haben. Im Zweifel den hier. Ja komm, im Zweifel wollen wir den da unten. So. Okay. Dann fahren wir da mal hin. Letzte Folge für die heute. Diese Aufnahmesession. Also die erste Woche. Neu Events auf die paar. Ja. 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 So. Sekunde, ich muss noch ganz kurz was machen. Ja. 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 Es geht. Aber das ist ja auch so ein Ding. Hm? Sand in den Augen. Letzter Rennen vor euch. Letzter Rennen vor euch. Das geht aber schnell, wir haben schon fast die Hälfte durch. Das geht aber schnell, wir haben schon fast die Hälfte durch. 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 Weil ich fahre. Feierabend.